Ja, hallo zusammen. Wir sind hier beim Bauern Sepp in Wörth, ein bisschen hinter Passau. Gestern habe ich mich vom St. Antoniushaus in Grein hier nach Wörth aufgemacht und habe mein Geschenk, das Kreuz, übergeben. Beim Bauern Sepp hat mich jetzt wiederum die zweite Überraschung erwartet. Er hat es zwar entgegengenommen, möchte aber wiederum, wie damals auch Jacek in Krakau, nicht an der Happy-Giving-Kette teilnehmen. Das heißt, von ihm habe ich jetzt nichts für die nächste Person bekommen. Dennoch hat er gesagt, er gibt das seiner Tochter, die das für sich benutzen möchte, das Kreuz, und bedankt sich trotzdem für das, was er aus Grein bekommen hat. Und damit kann ich euch nur sagen, bleibt dabei und wir schauen, was ich heute bei der nächsten Übernachtung vielleicht bekommen werde oder wie ich das Projekt nun weiterführen werde. Hi guys, so I'm here at a Farmer's Sepp's place in Wörth, a bit behind Passau. I arrived there yesterday after about 160 Ks, 165. I gave him the present from Grein, the crucifix. He was very thankful, but he decided not to participate in the Happy-Giving-Chain. So once again, I'm in the situation of not having something for the next person, such as in the case of Krakow. But we'll see how I manage that, and maybe I'll get another thing from the next person for the person after that. Thanks guys. I'll see you next time.